Eine lilafarbene Tönung rund um das Auge hat meistens keine schöne Vorgeschichte. Doch in der Promi-Welt ist nicht etwa eine Massenprügelei ausgebrochen, im Gegenteil, Sängerin Rihanna, 29, Anti-Schauspielerin Ruby Rose, 31, Bitch Perfect 2 oder Kerry Washington, 41. Skandal, Setz mit ihrem aufwendigen Feilchenlook. Gerade einen neuen Beauty-Trend. Und zwar mit lilafarbenem Lidschatten. Dieser erinnert optisch weniger an ein blaues Auge, als man zunächst denken würde. Time, mit hellen Lavendetönen zaubern sich die Stars einen tollen Glow in ihr Gesicht. Besonders gut passt das zu Frauen mit grünen oder braunen Augen. Belondinen sollten im Gegensatz dazu bei dem Beauty-Trend lieber vorsichtig sein, denn hier sieht der lila Lidschatten schnell nach Barbie aus. Einfacher haben es brünette Damen mit einem dunklen Tint. Hier steht der Look so gut wie jeder Frau. Time, alles, was sie für den lila Beauty-Trend brauchen, gibt es hier. Time, Lidschatten in einem auffälligen Lilaton ist an sich schon ein echter Knaller. Das restliche Outfit sollte deswegen entweder zurückhaltend oder perfekt darauf abgestimmt sein. Schwarz geht also immer und auch Silber sieht in der Kombi-Toy aus. Doch wer sich noch mehr traut, kann sich auch an die Königsdisziplin wagen, Kleid und Lidschatten in derselben Farbe. Schwarz geht ebenso weiter. Bis zum nächsten Mal.